Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu den Windows Command Line Tutorials. Heute geht es erstmal um die Befehle, die wir hier letztes Mal gemacht haben. Wie kriege ich denn jetzt hier diese Befehle wieder weg? Es funktioniert nicht wie bei Linux einfach mit Clear, sondern wir müssen einen anderen Befehl benutzen, der nennt sich CLS. Ist mir aufgefallen, beziehungsweise hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass ich euch den noch gar nicht gezeigt habe, an der Stelle, danke schön. Und mit CLS kriegt ihr hier wieder eine wunderbar leere Oberfläche, das heißt wir können genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. So, ihr seht es, ich habe nicht mal hier die Datei gespeichert, ich mache einfach direkt das nächste Video. Okay, was ich euch heute im Prinzip als Hauptthema zeigen möchte, war nicht CLS, sondern wie ihr mehrere Kommandos auf einmal ausgeben könnt. Das heißt, wir wollen jetzt nicht nur IP-Config ausgeben, sondern, und da wird dann vor allem auch dieses Zwischenspeichern, was ich euch letztes Video gezeigt habe, ziemlich wichtig, sondern wir wollen auch zusätzlich noch, keine Ahnung, zum Beispiel das Verzeichnis rausbekommen, wo wir gerade sind. Und dazu machen wir zwei kaufmännische uns, die findet ihr bei Großschreiben 6, also und, und, und dann dir. Und dann sehen wir hier zuerst einmal, ganz, ganz langsam wird es ausgegeben, die IP-Config und hier unten drunter sehen wir Verzeichnis von CE-Users-Querty-Desktop, da finden wir dann abc-text, ip-config-text, meine wichtigen Passwörter.text und dann noch hier so ein paar Zusatzinformationen. Das heißt, zuerst wird der Befehl, der links steht, ausgeführt und dann wird der Befehl, der rechts von dem unten steht, ausgeführt. Und das könnt ihr tatsächlich so oft machen, wie ihr wollt. Ihr könnt ja auch noch ein und, und, der hin machen. Dann kriegen wir das Ganze eben zweimal. Oh Gott, jetzt fängt es aber an zu lecken. Also, das ist ja fast wie 1900. Naja, ich sollte vielleicht ein paar Ressourcen mehr übrig haben für meine arme virtuelle Maschine, die quält sich. Okay, wir sehen hier zweimal dir ausgegeben, weil ich ja zweimal dir eingegeben habe. Zuerst das hier und dann nochmal das hier. Das heißt, je mehr uns ihr hinten dranhaut, desto mehr Befehle werden einfach ausgeführt. Und das ist sehr sinnvoll, wenn ihr irgendwas in der Datei schreiben wollt, logischerweise, oder aber, wenn ihr zum Beispiel eine Installation habt und wollt euren Benutzern eine einzige Zeile für irgendwas geben, wo alles auf einmal erfüllt, dann gebt ihr hier einfach den ersten Befehl und, und zweiter Befehl. Und dann ist das einfach ein Einzeiler, sozusagen. Alles ist ein Einzeiler mit diesen uns. Und ja, euer Gegenüber kann es dann einfach in die Konsole pasten. Und das war es dann auch schon. Sehr praktisch, finde ich. Und deswegen konnte ich euch das nicht vorenthalten. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, ich weiß, es sind kurze Videos, aber das macht hoffentlich nichts. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.